Eine wunderschöne, wir reacten zu Aberlest Disastrophe, sehr, sehr geile Band, wer heftige Breakdowns mag, der ist hier ganz genau richtig und wir hören mal rein, let's go. Das war eine richtig fette Stimme. Boah, krass zu fix, du willst alle da fallen, ey. Boah, ich krieg's Gänseopfern. Yeah. Hohohoho, alter, alter, ey. Das ist ein bisschen groov, ey. Bisschen Headbang. Bisschen Headbang. Du hast die Mordige Schreiber. Boah, echt! Ja, was will man mehr? Was will man mehr, oder? Wir geben viel, Leute. Hört ihr euch auf jeden Fall mal an. Einfach schicke, schicke Pigsquills. Ich liebe Pigsquills. Ich liebe Pigsquills. Leute, Arbalest, mal reinhören, richtig gut, die Jungs. Da haben wir jetzt nicht noch rein, aber sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Video. Macht's gut.